so oft wie er rauskommt so oft bruchte ich noch wieder eine neue stadt erst mal müssen wir jetzt gucken was haben wir denn schönes wir haben glaube ich jetzt kein einzigen nebenauftrag mehr so dass wir diesen ganzen dingern hier mache ich wahrscheinlich in der nächsten aufnahme dann weil da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine lust mehr drauf weil ich jetzt auch nicht mehr so lange aufnehmen werde das heißt hauptmission ist dran ein bisschen noch und schnell reise meine bisschen müsse das spiel ja noch gehen wir haben schließlich noch zwei killer vor uns bain und firefly also dürfte das spiel jetzt hier noch ein bisschen weiter gehen und bestimmt kriegen wir auch noch nebenaufträge und wer weiß dass wir den jörg hast wahrscheinlich hat der ladebildschirm was zu sagen nein ich bin schon was ich voll fertig bin ich bin gar nicht nur Nein, jetzt hör auf die Notze. Oh, ich hasse dich, Batman. Oh, ich weiß nicht. Oh Hey, hey, ich, hey, ich kann grad nicht wachen Hey, der Witzker war das knapp Ja, mein Stufenaufstieg Was machen wir hier eigentlich? Was bringt das eigentlich? Das war ich nicht Okay, äh, lade die Schockernschuhe schneller auf als zuvor Ja, auf jeden Fall So, noch wieder in die Kanalisation Als wären wir da nicht schon gewesen Müssen wir da jetzt wieder hin Mit der Klebergranate kann ich die Rohre, aus denen der Dampf kommt, abdichten Und ich weiter kann Hä, ich hab Ich hab den doch eben voll erwischt Das ist eine Lüge, dass ich das nicht erwischt hab Warum? Äh, warum? Warum? Ach, Batman, du bist auch heute so richtig Ist ja schön, aber was ist das hier eigentlich? Krankenstation Ist das nicht vom GCPT? Doch, doch, klar, hier waren wir doch Oh, das ging schnell Ach ja, wir müssen ja hier hin Es ist nicht Bane Aber einer seiner Männer Derselbe, den ich beim Aufstand in den Zellen gesehen habe Ich sollte seine Leiche scannen Das Opfer wurde mit einer Chemikalie besprüht Die seine Physiologie verändert hat Ich muss mir den Obduktionsbericht ansehen Um mehr herauszufinden Das ist doch sehr schön Interessant Das Opfer nahm eine starke Mischung Ähnlich der Droge Venom Bevor es starb Es ändert den Muskel- und Knochenaufbau des Süchtigen Und verschafft ihm eine außergewöhnliche Stärke Was auch immer genau diese Mischung ist Sie reduziert die geistigen Fähigkeiten auf verschiedene Arten Einschließlich schwerer Gedächtnisschäden Auf lange Sicht kann es das Gedächtnis ernsthaft beeinträchtigen Was war das? Müssen wir jetzt wieder hier raus? Anscheinend schon So 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 Ein bisschen spät gesehen gerade Aber schön, dass wir oben wieder auftauchen Was haben wir denn hier? Ehrlich gesagt, darauf habe ich keine Lust Bin ich ganz ehrlich Bei sowas bin ich immer so So, raus Ich sollte mich zu Bane auf den Weg machen Bevor ich das Signal verliere Und bevor der Ladebildschir wieder einsetzt Das ist alles sehr schön Ich bin nur auf die Karte So Wo ist denn das? Ei, der ist aber weit weg Ei, ich kann keine Schnellreise machen Das ist ja mal richtig ätzend Das heißt, ein Weg zu Fuß Das kann man hier aber ganz kurz machen Bringt ein bisschen Erfahrung Boah, es wird jetzt Ewigkeiten dauern, bis wir da sind Es ist wieder wie früher, wo wir noch keine Türme hatten Überall zu Fuß sind Naja, fast zu Fuß Mit ein bisschen Flügel hier und da Das ist das Schlimmste dran So So, wir haben die Brücke erreicht Für sich müssen wir die ganzen Grafiken laden Hm, hm, hm Ja, warum lädt da die Grafiken denn jetzt gerade so langsam? Ich glaube, ich spiele schon zu lange Ich weiß gar nicht, wie lange ich dort schon spiele Ich muss mal gleich nachgucken Ich weiß nicht, oh Nein! Ich sollte so rum, oder? Wer ist einfacher? Keine Ahnung. Er hängt sich nirgendswo an. Ich fall ins Wasser. Hey. Kumpel. Die Fingerspitze. Keine Ahnung, wie sie gerade hier drauf gelandet sind. Weihnachtsmann ist hakt gleich wieder. Ich seh's doch. Er muss die Grafiken grad laden. Sag ich doch. Wow, bin ich gut. Ja, das wird gleich nochmal passieren. Seht ihr da hinten das Gebäude? Das ist noch gar nicht geladen. Jetzt ist es geladen. Wo ist Perth? Sollte er nicht hier unten sein und helfen? Es ist ein entscheidender Moment. Bane hat ihm andere Befehle gegeben. Kümmere dich um die Befehle, die Bane dir gegeben hat. Ja. Na gut. Das ist so, äh... Kannst du Herbert noch viele Freiwillige für Versuche nehmen? Ich weiß es nicht. Stehst du auf der Liste? Bin an dritter Stelle. Viel Glück, mi hermano. Hoffentlich ist die Formel ausgereift, bevor du drankommst. Mein Leben gehört Bane. Das wird eine Ehre sein, es für seine Zwecke zu opfern. Dann hoffe ich, dass du nicht erfrierst, bevor du deine Chance bekommst. Verdammte Stadt. Verdammte Stadt. Wo haben die eigentlich alle die Knarren her? Ja, Batman. Genau hier wollte ich hin. Wie lange müssen wir noch warten? Du kennst die Antwort. Das weiße Leute. Du kennst unsere Sha Builwe, das ist so. Du kennst heute es nicht hin. So. Ich weiß gar nicht, müssen wir hier rein? Ich glaub nicht, oder? Ich geh jetzt trotzdem mal hier rein. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Wir sind in der Kanalisation. Bin ich jetzt hier richtig? Ich weiß es nicht. Was sagt denn die Mission überhaupt? Ich finde das Signal von Bane's Pfeil. Da ist einer von Bane's Männern. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. So. 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 Ich stecke wohl fest, es sei denn, vielleicht kann ich mit meiner Klebergranate ein Fluss bauen. Und jetzt ziehen wir um die Häuser. Doobie doobie doobie. Oh, ja, es war klar. Oh, wow. Oh, wow. Aua. Nice. Dieser Typ mit dem Schild. Die Federmaus ist gesiebte. Wow. Da, da, drück. Da, da, drück. Was würden wir nur ohne diese Blitzhandschuhe machen? Ohne die wären wir richtig aufgeschmissen. Ohne die Blitzhandschuhe dann hätten wir richtig Probleme. So. Oh.